Bei unserem mittlerweile vierten Vergleichskampf uns da in Krakowdorf beim Bodensee einfinden haben können. Danke für auch gekommen. Trotz Sonntag und Wollsonntag, dass ich auch die Zeit genommen habe. Mit den Schuhen habe ich gerade ausgerichtet, wie wir das abhandeln werden. Das Essen spielen wir mal auf drei Gewungene und beim Getränkeboot entscheiden wir nachher, ob es auf eins oder auf zwei Gewonnene geht. Je nach Wetterlage. Je nach Wetterlage oder wie es halt ausgeht. In diesem Sinne wünsche ich mir einen schönen, floten, fairen Wettkampf und freu mich drauf! Und Stockheim! Brauch! Wer hat der Elfau und ich? Wer hat der Elfau und ich? Wer hat der Elfau und ich schüttet jetzt raus? Ich hab das Lausur vom Wanderpokal voriges Jahr. Was geht raus? Mit zwei Lohn hab ich schon gehört und dann ist der Redurchschneider gekommen. Das ist doch! Da hat er sich schon so durch die Gäng enttanzt. Du machst 2 Uhr, 2,2 Uhr. Da haben wir keinen Schnaps, die wir gesaufen haben, färben die grästige Britschen und haben sich unter dem Baum geschenkt. Da haben wir keinen Britschen mit Tabletten und Schnaps. Das ist eine psychologische Kriegsmehrung. Ist das normal? Ja, wir die Gasgeber werden heute. Nur die Gasgeber, die Engern und wir werden. Ja, genau. Willst du das ein Foto? Wir werden jetzt zuerst einmal ganz hinabkommen. Jetzt haben wir ein Gruppenfoto machen von euch. Wir möchten uns da hinten ein bisschen herstellen. Und machen wir mal eine Aufnahme mit so einem Gescheiterer und die Kalkarabert hin und da mit einander stehen. Genau. Das fasziniert halt nicht. Das fasziniert halt nicht.